Hi und willkommen zu diesem kleinen Review der neuen Anker 737 Powerbank oder Powercore 24k. Dies ist eine Powerbank auf die ich mich sehr lange gefreut habe, denn wir haben hier endlich mal wieder ein absolutes Highend-Modell aus dem Hause Anker. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Wolltest du bisher eine Highend-Powerbank haben, dann blieb dir nichts anderes übrig als der Weg zu Kickstarter und beispielsweise hier die Flash Pro, Supertank Pro oder Storm 2 Slim zu unterstützen. Alles drei hier super Powerbanks, ich habe sie auch extra in Hintergrund gestellt, weil ich denke das sind so die drei besten Powerbanks aktuell auf dem Markt, abseits dieser hier, aber es ist natürlich immer so eine Sache über Kickstarter sowas zu finanzieren, gerade wenn man irgendwie Probleme hat, Support. Es ist immer eleganter, wenn man das über einen Hersteller wie Anker machen kann, der diese Powerbank hier einfach bei Amazon verkauft. Die 737 ist eine wirkliche Highend-Powerbank, womit Anker auch so ein wenig, ich nenne es mal die Messlatte, schon noch mal eine Stufe höher gelegt hat. Warum? Das liegt an diesen beiden USB-C-Ports auf der Oberseite, über die wir gleich reden. Beginnen wir bei dem Äußeren. Ich finde wir haben hier eine durchaus interessante, schicke Powerbank. Sie sieht ein wenig anders aus, als wir es von Anker oder von generell Powerbanks gewöhnt sind. Wir haben hier tatsächlich vier verschiedene Kunststoffe, die Anker verwendet hat. Auf der Front haben wir so einen, ja es sieht aus wie Aluminium, ist es aber nicht, es ist normaler Kunststoff. Wir haben hier oben Hochglanz, unter diesem Hochglanzabdeckung ist ein Display drunter, schauen wir uns auch gleich an. An der Seite haben wir, ja es ist so eine Art Rillentextur und auf der Rückseite haben wir Soft-Touch-Kunststoff. Allem würde ich sagen, ist dies, die Powerbank sieht edel aus. Anders kann man es glaube ich nicht sagen. Man könnte jetzt darüber streiten, ist Aluminium besser als Kunststoff, aber passt schon. Beim Gewicht legen wir sie alle mal auf die Waage, damit wir so ein wenig eine Referenz haben. Die Powerbank kommt auf 632 Gramm. Zum Vergleich, die Flash Pro 575, Super Tank Pro 588 und Storm 2 Slim, 450 Gramm. Das heißt, die Anker 737 ist schon eine recht mächtige Powerbank, auch wenn wir bedenken, dass wir hier an sich nur eine Kapazität von 24.000 mAh haben, laut Anker. Eins meiner persönlich größten Highlights an dieser Powerbank ist das Display. Auf den ersten Blick, okay, zeigt Prozentzahl an, wie viel Akku gerade noch im Akku ist. Nichts Besonderes, aber wir können diese Taste hier ein paar mal mehr drücken. Und dann kriegen wir plötzlich sehr viel mehr Leistungswerte angezeigt. Hier beispielsweise gerade, wie hoch ist die Temperatur der internen Akkuzellen, wie ist der Akkuzustand in Prozent, also haben wir noch 100 Prozent der neuwertigen Kapazitäten, nenne ich es mal. Wie viele Zyklen hat die Powerbank, wie viel Leistung ist in die Powerbank reingegangen, wie viel ist rausgegangen. Und wir können, ich weiß gar nicht, können wir das, können wir nicht, können wir später sehen. Wenn wir hier Geräte anschließen, können wir dann auch sehen, wie viel Watt in die Powerbank geht oder wie viel aus dieser hinausgeht. Das möchte ich auch einmal kurz demonstrieren. Ich habe hier Offscreen ein Apple MacBook liegen und du kannst sehen, du siehst die Leistungswerte. Das MacBook lädt gerade mit, ja, 50 Watt passt. Ist das 13 Zoll MacBook entsprechend. Viel mehr geht dann nicht. Die Anzeige ist auch ziemlich genau. Also da habe ich Abweichung vielleicht von 1 Watt dringend zu meinem Messgerät. Das passt absolut. Und ich finde, dieses Display ist ein riesiger Mehrwert. Spätestens dann, wenn du mal irgendwie ein Problem mit deinem Smartphone hast, dein Smartphone will nicht angehen, es will nicht laden oder du glaubst, es lädt nicht, dann hilft dir so ein Display zu sehen, okay, lädt es wirklich nicht oder zeigt es einfach nichts auf dem Display an und lädt in Wirklichkeit doch. Finde ich super praktisch die Sache und freut mich auch sehr das Anker, das hier eingebaut hat. Vor allen Dingen in einer sehr hochwertigen Art. Das Display ist sehr, sehr gut ablesbar. Ja, viel besser macht das die Konkurrenz nicht, beziehungsweise ich würde sogar sagen, von all den Powerbanks, die ich hier habe, ist das das beste Display. Sicherlich das Highlight dieser Powerbanks sind die beiden USB-C Ports. Denn wir haben hier zwei 140 Watt USB-C Ports. 140 Watt USB-C, das gab es bisher nicht. Und das ist auch richtig so. Bisher gab es zwar Notebooks, die durchaus mit über 100 Watt USB-C laden konnten, beispielsweise die Dell XPS Modelle. Aber hier hat Dell halt auf eigene Faust, nenne ich es mal, den USB-Power Delivery Standard etwas erweitert. Anker nutzt hier den offiziellen USB-Power Delivery Standard in Version 3.1, der theoretisch glaube ich sogar bis zu 200 Watt erlaubt. In dem Fall hier aber nur bis zu 140 Watt. Das Besondere dabei ist, diese Powerbank kann 5 Volt 3 Ampere, 9 Volt 3 Ampere, 15 Volt 3 Ampere, 20 Volt 5 Ampere. Hier haben wir unsere bisherige 100 Watt Stufe. Die Powerbank kann aber auch 28 Volt 5 Ampere ausgeben. Und das ist der Trick für die Mehrleistung. Bei den neueren USB-Power Delivery Geräten, die über 100 Watt liefern können, haben wir noch höhere Spannungsstufen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, hätte ich mich vielleicht vorher informieren sollen. Ich meine, es geht sogar theoretisch bis 48 Volt hoch. Aber da gibt es jetzt noch kein Gerät, das mir bekannt ist, das tatsächlich auch mit so viel Leistung dann am Ende laden kann. 140 Watt wird tatsächlich in der Praxis schon genutzt. Ich glaube, das MacBook Pro 16 M1 kann mit bis zu 140 Watt laden. Und dafür ist, glaube ich, auch diese Powerbank so ein wenig ausgelegt, denn es ist die einzige Powerbank, die das MacBook halt mit vollem Tempo laden kann. Leider mangelt es mir derzeit an einem MacBook Pro 16, um die vollen 140 Watt hier demonstrieren zu können. Aber wir können ja zumindest mal die 100 Watt uns ansehen, dass diese Powerbank auch wirklich 100 Watt liefern kann. Das hier ist eine elektronische Last, die verbrennt im Grunde genommen die gesamte Energie, die ich da jetzt rein pumpe, in Wärme, ist aber sehr, sehr gut zum Powerbank testen, weil ich kann halt so eine konstante Last auf die Powerbank legen und diese damit entladen. Viele 100 Watt Powerbanks haben tatsächlich so ein wenig Temperaturprobleme. Ich habe jetzt hier auf 20 Volt 5 Ampere. Ich hoffe, man kann es auch lesen. Und die Powerbank kann damit von 100 Prozent auf 0 Prozent entladen werden. Überhaupt keine Probleme. Ich mache hier wieder aus, weil das Ding sucht, sucht sonst ein wenig. Kann die komplette Zeit lang, komplette Kapazität über diese 100 Watt liefern. Ich konnte keine Temperaturprobleme beobachten, obwohl wir jetzt gerade Sommer haben und in meinem Büro so 26 Grad herrschen. Komplett über die gesamte Kapazität, volle Leistung, funktioniert tadellos. Wundert mich jetzt auch nicht, sie soll ja sogar 140 Watt liefern können. Entsprechend ist es klar, dass da noch ein wenig Luft nach oben ist. Ob die 140 Watt konstant geliefert werden, weiß ich nicht, aber ich habe zumindest mal Temperaturen gemessen. Ich blende jetzt hier auch mal ein kleines Wärmebild ein. Bei 100 Watt wird die Powerbank nicht übermäßig heiß. Also ich vermute, 140 Watt gehen auch. Die Powerbank kann dabei nicht nur mit 140 Watt beziehungsweise 100 Watt entladen werden, sondern kann auch mit 100 beziehungsweise 140 Watt geladen werden. Und das ist auch etwas sehr Wichtiges, denn die Powerbank lädt dadurch unheimlich schnell. An einem passenden 100 Watt USB-C Ladegerät, wie beispielsweise hier von Ugreen, lädt die Powerbank in satten 55 Minuten von 0% auf 100%. Dabei gibt es auch erneut wieder keine Temperaturprobleme oder irgendwelche komischen Einbrüche, die auf ähnliches hindeuten würden. Lädt sauber durch und super schnell. 55 Minuten, das ist rekordverdächtig. Hast du nur ein 60 Watt Ladegerät, ist die Powerbank in einer Stunde 40 voll, was immer noch rasant ist. Wir müssen jetzt auch bedenken, theoretisch kannst du diese Powerbank ja an einem 140 Watt Ladegerät laden. Das heißt, da schätze ich, wird die Powerbank nochmal, ja ich vermute mal so 40 Minuten von 0 auf 100, wirst du da schon erreichen können, weil die 140 Watt werden dann nur Spitzenladentempo sein, aber das ist schon beeindruckend. Anders kann man es nicht sagen. Hier noch kurz dazwischen geschoben. Beide USB-C Ports unterstützen natürlich auch den PPS-Standard. Ich sage jetzt natürlich, weil bisher am Anker Powerbank das in der Regel nicht unterstützt, aber in diesem Fall, bei diesem High-End-Modell wird natürlich auch PPS unterstützt. PPS erlaubt es deinem Smartphone abseits der üblichen Power-Delivery-Stufen, 9 Volt, 12 Volt und so weiter, eine beliebige Spannung abzufragen. Also beispielsweise ein Smartphone sagt, hey, ich brauche gerade für das optimale Laden 11,7 Volt, dann kann diese Powerbank 11,7 Volt ausgeben. Smartphone sagt, ich brauche 8 Volt, dann kann die Powerbank 8 Volt ausgeben. Wir haben hier eine PPS-Range von 3,3 bis 21 Volt bei maximal 5 Ampere, was die perfekte PPS-Range ist. Damit ist diese Powerbank ideal für Samsung Galaxy S22, S21 und S20. Diese Smartphones sind ohne PPS auf ein maximales Ladetempo von 14 Watt limitiert. Mit PPS können die ja teilweise bis zu über 40 Watt laden. Super, also dafür auch volle Punktzahl, aber das ist in der High-End-Powerbank jetzt auch nicht absolut ungewöhnlich. Die meisten haben in diesem Bereich schon PPS, aber in der Mittelklasse ist das noch, ich nenne es mal exotisch. Des Weiteren muss ich natürlich noch erwähnen, wir haben 240 Watt Ports, aber die können nicht gleichzeitig 240 Watt liefern. Die Powerbank kann keine 280 Watt. Die 140 Watt sind das absolute Maximum. Benutzt du die Ports gemeinsam, werden diese gedrosselt entsprechend. Selbiges gilt auch für den USB-A-Port, welcher im Übrigen Quick Charge unterstützt, also 18 Watt hat. Wenn du den gemeinsam mit dem benutzt, kann es passieren, dass die USB-C Ports entsprechend gedrosselt werden. Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen muss und erwähnen will, ist die Besonderheit Dell XPS 15 und 17. Wenn du ein Dell XPS 15 oder 17 hast oder ich glaube das Alien wäre X14, vielleicht machen es auch noch andere Notebook-Hersteller, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass du ein 130 Watt USB-C Ladegerät dabei liegen hast. Das ist leider, du kannst mit dieser Powerbank, obwohl sie einen 140 Watt USB-C Port hat, nicht die Dell Notebooks mit 130 Watt laden. Nein, geht nicht. Dell hat bei seinen XPS Modellen für die höhere Leistung einfach eigenmächtig den USB Power Delivery Standard erweitert und zwar auf 20 Volt 6,5 Ampere. Der offizielle USB Power Delivery Standard geht aber nur bis 5 Ampere. Für die höhere Leistung benutzt die Powerbank die 28 Volt Stufe, die die Dell XPS und auch das Alienware nicht unterstützen. Ich glaube es gab auch ein paar Lenovo Notebooks, die über 100 Watt laden konnten. Die werden höchstwahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das einzige Notebook, das mit über 100 Watt an dieser Powerbank laden kann, wird höchstwahrscheinlich das Apple MacBook Pro 16 sein, welches den offiziellen USB Power Delivery Standard verwendet. Da hat Apple nicht irgendwie wie Dell hier rumgemurkst. Klar, Dell war hier so ein wenig gezwungen, weil es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht diesen USB Power Delivery Standard gab. Dennoch muss ich dich leider enttäuschen. Hast du ein XPS 15 oder 17 und denkst, hey, 140 Watt Power Bank, die kann endlich mein Notebook mit vollem Tempo laden? Nein. Ich muss dich sogar noch mehr enttäuschen, wie du vielleicht gerade auf dem Display hier siehst, lädt das Notebook hier gerade sogar nur mit 54 Watt. Dell in seiner unendlichen Weisheit hat sich überlegt, hey, wir haben hier zwar theoretisch einen USB-C-Port, der bis zu 6,5 Ampere aufnehmen kann, aber das kann der nur mit unseren eigenen Netzteilen. Wenn du einen Drittanbieter Power Bank oder Ladegerät anschließt, können die gesamten XPS Modelle, zumindest alle, die ich bisher erlebt habe, mit maximal 60, vielleicht 65 Watt laden. In dem Fall sind es jetzt hier nur 54. Ich nenne es mal Tagesform. Der Akku hier ist ziemlich leer, vielleicht geht es noch ein bisschen hoch. Aber rechne nicht mal mit 100 Watt, sondern mit 65 Watt Maximum an einer Drittanbieter Power Bank bei den XPS oder Alienware Modellen, die wir USB-C laden. Selbiges gilt auch für die anderen Power Banks. Kommen wir zu einem nicht ganz unwichtigen Punkt und zwar die Kapazität. Anker nennt diese Power Bank neben der Bezeichnung 737, warum auch immer 737, keine Ahnung, Power Core 24K. Die 24K sind natürlich schon Hinweis darauf, dass wir hier eine 24.000 mAh Power Bank haben. Allerdings ist dies etwas verwirrend, denn auf der Rückseite steht überhaupt nichts von 24.000 mAh. Auf der Rückseite haben wir drei Angaben. 86,4 Watt Stunden, 13.500 mAh bei 5 Volt und 6 x 4.000 mAh. Okay, beginnen wir mit den Basics. Wir haben hier immer ein Problem bei Power Banks, denn die meisten Power Bank Hersteller geben ihre Kapazität nicht bei 5 Volt an, wie beispielsweise aus dem USB-Port kommen. Das heißt, wenn du jetzt einen günstigen USB-Tester hier dran hängst und darüber die Kapazität misst, kriegst du völlig falsche Werte, sondern sie geben diese bei 3,6 oder 3,7 Volt an, weil das ist die Standardspannung eines Lithium-Ionen-Akkus. 6 x 4.000 sind die Akkuzellen. Also wir werden hier 6 Akkuzellen dringend haben mit jeweils 4.000 mAh. Daher kommen wir auch auf die 24.000 mAh. Das ist die Kapazität der Akkus, die hier dringend bei 3,6 Volt. Woher jetzt diese 13.500 mAh kommen, habe ich keine Ahnung. Denn wenn ich das umrechne, steht zwar bei 5 Volt dabei, aber das haut nicht hin. 86,4 Watt Stunden bei 5 Volt sind nicht 13.500 mAh. Keine Ahnung, warum das Anker da drauf schreibt. Eventuell hat die Anker schon so ein wenig die schlechtere Effizienz, weil du kriegst natürlich diese Kapazität nie voll hin, schon mit einbezogen. Wie viel Kapazität kriegen wir denn aus dieser Powerbank? Im besten Fall konnte ich hier eine Kapazität von 77,21 Watt Stunden messen, beziehungsweise von 20.867 mAh bei 3,7 Volt. Die Kapazität ist soweit okay. Du wirst hier kein dickes MacBook mit von 0 auf 100% laden können. Das kannst du vergessen, aber 77,21 Watt Stunden im besten Fall, das ist okay. Da kann ich nicht mäkeln. Viel mehr schaffen tatsächlich diese Powerbanks hier im Hintergrund auch nicht, obwohl sie angeblich größer wären. Kommen wir so langsam zum Fazit. Ist die Anker 737 die beste Powerbank aktuell auf dem Markt? Ja, unter Umständen schon. Vor allen Dingen dann, wenn du ein MacBook Pro 16 hast mit 140 Watt Lademöglichkeit, dann ist dies auch aktuell, soweit ich weiß, die einzige Powerbank, die diese Leistung hinbekommen kann. Ansonsten, wir haben das tolle Display, wir haben eine gute Verarbeitung, wir haben eine gute Kapazität, wir haben zwei sehr sehr gute USB-C Ports mit diesem einmaligen Feature 140 Watt liefern zu können, beziehungsweise 100 Watt an normalen USB-C Geräten, die noch nicht diesen neuen Standard unterstützen. Wir haben PPS, wir haben im Grunde genommen alles, was man haben will. Laden von 0 auf 100 an einem 100 Watt Ladegerät in 55 Minuten ohne Temperaturprobleme, ohne irgendwelche in diesem Punkt Auffälligkeiten. Ich hatte zwar während des Testen ein paar kleinere Auffälligkeiten, beziehungsweise eine Auffälligkeit, dass die Powerbank teilweise nicht auf 100 Watt hochschalten wollte, sondern sich nur wie eine 60 Watt Powerbank verhalten hat. Und hier muss ich mich einfach nochmal so last minute einklinken, denn ich habe mittlerweile herausgefunden, woran das angesprochene Problem liegt. Ich habe jetzt die Powerbank hier an ein 100 Watt USB-C Ladegerät gehängt und man sieht, sie lädt mit 91 Watt, passt. Ich habe jetzt hier einfach nur so einen USB Powerbank Tester und so weiter. Mit diesem teste ich gar nichts, die stecken einfach nur in den USB-A-Port. Und du siehst, was passiert? Die Powerbank drosselt sich. Sobald du etwas in den USB-A-Ports steckst, werden die beiden anderen USB-C-Ports auf jeweils 65 Watt gedrosselt. Kommt auch hin, zweimal 65 Watt plus 18 Watt. So teilt sich das halt auf. Das Problem ist, ich ziehe das jetzt mal raus, bleibt bei 64 Watt. Also er hat sich weiterhin bleibt auf 65 Watt gedrosselt. Woran liegt es? Man kann es nur ganz leicht erkennen. Er glaubt, an dem USB-A-Port hängt noch eine Last mit 0,1 Watt. Das heißt, die Powerbank denkt jetzt, okay, da hängt noch was an dem USB-A-Port, deswegen muss ich meine USB-C-Ports drosseln. Das heißt, ich kann das jetzt hier auch x mal ein- und ausstecken. Er wird immer wieder nur auf maximal 65 Watt hochgehen, weil er immer noch glaubt, da hängt eine Last mit 0,1 Watt an dem USB-A-Port. Hier, ich weiß nicht, ob es nur an meiner Powerbank liegt. Eventuell hat hier Anker dieses Modell oder ein bisschen falsch kalibriert, beziehungsweise eigentlich hätte Anker deklarieren müssen, hey, 0,1 Watt ist gleich 0 Watt. Aber er erkennt hier sozusagen eine kleine Phantomlast und deswegen bleibt dieser Port auf 65 Watt gedrosselt. Musst du gucken. Ich weiß nicht, ob das alle Modelle von dieser Powerbank haben. Es ist jetzt ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein, aber ja, wenn du jetzt zwei, drei Minuten wachtest, nachdem du das rausgezogen hast, dann geht die Powerbank in Standby, schaltet den USB-A-Port aus und ab dem Moment funktioniert die Powerbank dann wieder mit vollem Tempo. Aber ansonsten ist dies eine absolut tadellose Powerbank. Sie ist ein bisschen schwerer, aber dafür haben wir keine Temperaturprobleme. Das ist selten. Beispielsweise hier die Storm 2 Slim. Lad die mal mit 100 Watt, kannst du vergessen. Geht sofort in Temperaturabschaltung nach 30, 40 Minuten. Muss dann erst abkühlen, dann geht es weiter. Ist okay, ist hier brauchbar gelöst. Die Powerbank lädt immer noch schnell und ich mag die Storm 2 und Storm 2 Slim immer noch sehr, sehr gerne. Aber die Anker Powerbank wirkt hier einfach nochmal eine Stufe robuster gebaut. Dies ist eine Powerbank, die wirklich halt, ich nenne es mal, auch für den Massenmarkt so ein wenig kompatibel gebaut wurde. Während das hier halt, ja, es sind exotischere Modelle. Auch der Preis, 140 bzw. 150, das waren glaube ich 149 Euro. Guck selbst nach, wie hoch die Preise aktuell sind. Klingt im ersten Moment viel. Geht in Ordnung. Diese Powerbanks hier sind teurer. Ich glaube, Super Tank Pro kostet über 200 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche. Schwankt sehr im Preis, diese Powerbank. Die anderen hier sind sehr, sehr schwer, überhaupt zu bekommen. 150 Euro. Geht um ehrlich zu sein in Ordnung. Für eine Powerbank, die aktuell einmalig ist.